auf automatik gestellt automatik belichtung ich gehe jetzt erst mal auf der LED hier ein was ist das jetzt für eine Einstellung das finde ich gar nicht so schlecht das ist N so 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 jetzt habe ich die Einstellung höchste Auflösung Autobelichtung Auto Wolken mittlere das ist jetzt Unterwasseraufnahme ok da hat er ein Problem mit dem Bewegen mit dem Bewegen wie schön wird das ist so jetzt kann ich dann nicht stabilisieren jetzt so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020